Und Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir Rusty Fuckin' Bay gestartet und fast unser blaues Wunder lebt, denn wir wären fast ertrunken. Holy Shit. Und jetzt versuchen wir uns diese Welt auf dem Boot anzusehen, denn wir haben hier im letzten Part nur alles rundherum erkundet, aber jetzt kommt das Innere. Hier ist auf jeden Fall ein Mumbo Schädel und ich wäre jetzt auch fast erwischt worden von diesem Ding. Und bin da nicht hochgekommen, super. So, aber das Schiff selber ist ja gar nicht mal so schwer. Wie sollte er mich verletzen können, wenn ich ihn, obwohl ich... Hä? Das ergibt keinen Sinn! Ich habe ihn doch... Okay. Ähm, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Oder doch. Okay. Okay. Der Cheater besiegt. Ich will das Leben. Ich will das Leben. Och, komm schon! Ich muss mich besiegen lassen, damit ich, ähm, das Leben bekomme. Oder auch nicht. Ich wacke halt fest. Cool. Noch mehr. Bugs. Süß! Oh! Holy shit! Ich wäre fast im GBJ gewesen. Ich wäre fast im GBJ gewesen. Holy shit! Fuck! Das wäre knapp gewesen. Ähm, ich habe diesen Part schon mal aufnehmen wollen, aber... Ähm, ich hatte einen Bug. Also in diesem... Als ich hier reingegangen bin, gab es einfach einen Free Sparkle. Und ich hoffe, der kommt nicht nochmal. Irgendwann in diesem... Let's Play. Weil das war anstrengend. Ich habe vergessen, einen 6D zu setzen und nicht trotteln. Und das sollte ich alles nochmal spielen. Das war nicht mehr... Hier war, was ich tun musste. Trotzdem war das anstrengende Scheiße. Und wir haben hier Boss Boombox. Ja, wir wollten das mit dem Stirnl-Schwein. Wir gehen, werdet euch sehen und hören wir. Das ist gar kein Spaß, denn das Kugelteil ist geil versteckt. Darum wird es nie unterheckt. Juhu, juhu. Ich würde die Füße. Mann! Hamburg! Man hat Cheaper. Okay, was? Das läuft ja gar nicht fair. Behaupt nicht fair. Ich muss ja warten und werde zurückkitschen müssen. Weil das super fair ist. Aber ich glaube... Das wird schon gewonnen. Puzzlenteil-Forderung. Ja! Scheiße! Ihr habt mich gespalten! Nun sollt ihr das Puzzlenteil erhalten. Wortwitze. Die meisten sind ja überhaupt nicht gut. Du kannst keine Wortwitze. Genauso wenig wie ich. Was? Ihr meint, ich kann Wortwitze? Äh, dankeschön. Ähm. Das nehme ich natürlich gerne an. Wahrscheinlich ist das Spiel wieder lauter als ich. Also, ähm. Und wenn nicht, dann freue ich mich mal ausnahmsweise. Denn diese Probleme gab es im eigentlichen ersten Let's Play auf... Wo Palkrum Vokablan noch nicht so gut war. Nicht! Obwohl ich genau gleich gespielt habe. Wahrscheinlich habe ich damals viel sanfter gespielt. Aber, ähm. Wir haben den Mumbo... Den... Das Ding da... Den Mumbo Schädel hatten. Kann ich kein Deutsch mehr? So. So. Wir erkunden das Schiff weiter. Wir erkunden das Schiff weiter. Wir erkunden das erstmal ab. Dann gehen wir mal auf den... Auf Deck. Oder wie heißt das? Mh. Denn ganz oben befindet sich natürlich hoch etwas. Also gehen wir nicht leer aus. Und zwar haben wir noch eine Leiter. Und hier haben wir einen Gegner. Der eine Sprungplattform bewacht. Aber nicht gut. Hier ist erstmal erstens ein Mumbo Schädel. Aber hier drüben ist noch was. Und zwar noch eine Leiter. Hier oben ist ein Puzzle-Rei. Yeah! D-d-d-d-d-d-d! Okay. Dann erkunden wir den Rest des Schiffes. Den wir noch nicht erkunden haben. Den Glatzen. Aber es ist noch einiges übrig. Mein... So. Hier seht ihr Code. Und für Blindspieler ist das natürlich komplett kacke. Also für mich war das immer kacke. Und dieses Detail, womit man den Code weiß, um meinen Puzzle zu bekommen, den habe ich nie gefunden. Besser gesagt, das hat mich nicht interessiert. Ich habe nicht logisch gedacht, dass 3, 1, 2, 1, 1, 1 der Code und die Reihenfolge ist, wie man das aktivieren muss. Ich dachte mir immer, das muss man hier machen. Und ja, ich habe einfach nie gewusst, dass der Code ist. Naja, mein jüngeres, ich war schon ein richtiger Trottel. Obwohl ich gar nicht schlecht war, wusste ich allerdings das nicht. Das war bei Zelda-Spielen auch so. Das Zelda-Spiel sind eher rätselige Spiele. Und doch bin ich in solchen Spielen, wenn es um blind Sachen geht und herausfinden, was du tun musst. Richtig schwer. Ich habe nämlich Zelda Link's Awakening für die Suge zu Weihnachten bekommen. Und da, da. Habe ich öfters bei Strollen nachschauen müssen? Wahrscheinlich wirst du jetzt antworten, lieber Strollinsky. Danke für dich und deine tolle Community. Ansonsten habe ich das nie geschafft. Das wäre... Ich wäre nie auf die Rätsel gekommen, vor allem die Adlerfestung. Das war wirklich... Ich wusste echt nicht, was ich tun soll ab und zu. Und dann... ... fällt mir ein Trinken dann wieder ein und so. Ach so geht das! Das sah gerade gar nicht aus, als könnte man da gar nicht nehmen. Ich schwöre, das sah für mich normal aus. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. So. Wir haben hier die Küche erreicht. Das passt. So. Wir sind fast fertig mit den Noten. Und du willst mich anheizen? Und du willst mich anheizen? Hat jemand richtig gepatzt? Ich meine, was sind das bitte für Köche? Die können nicht nur mal backen und... ...patzfrei arbeiten. Die hinterlassen so viel Scheiße. Und hier gibt es einen kleinen Block, weshalb man hier gar nicht hoffen muss. Um die Eier zu holen. Aber ich brauche ein Leben. Und das könnte man hier gebrauchen. Weil ich weiß nicht, wie man hier ohne Unbesiegbarkeitsfeder diesen Mundeschäler hier halten soll. Aber gut. Und jetzt müssen wir noch mehr erkunden, denn es gibt Scheiben, die nicht so pixelig aussehen. Seht euch das an. Erkennt ihr den Unterschied? Das eine hat nämlich mehr Glanz darin. Da sind ja vier Punkte und dazu nur zwei. Da ist das ein Unterschied. Das ist mir nie eingefallen. Ich wusste nie, dass man das einfach einschlagen kann. Deshalb habe ich immer... ...nach einigen Dingen gesucht... ...und diese Welt und das nie gefunden. Typisch. Aber gut. Darauf kann man nicht einfach so kommen. Das könnte man nicht sagen. Den Unterschied erkennen nur wirklich Leute mit... ...ernst gemeinten Adleraugen. Ansonsten kann man da nicht drauf kommen. Glaub mir. Oder seid ihr da einfach blind drauf gekommen? Ich erkenne gar keine Möglichkeit, auch auf Blind zu kommen. Aber seitdem ich das weiß, hätte ich es wohl nie wieder vergessen. Selbst in 100 Jahren. Auch wenn ich dort vielleicht nicht mehr leben werde. Aber wer weiß, vielleicht gibt es etwas, womit man nun endlich lang leben kann. Kann ja sein. Und dann wird dieser YouTube-Channel für immer und ewig existieren. Was wollt ihr doch, oder? Hoffe ich. Aber ich stelle mir eine glorreiche Zukunft vor. Zwar fängt das klein an mit den Channels, doch irgendwann steigt das hoch. So. Ich habe keine Capture-Card. Ich habe, dass das Let's Play mal schwer wird. Das ist ein bisschen Let's Play. Ich rede von Let's Plays. Und irgendwann, wenn ich erwachsen bin, weil ich werde einen reichen Job ausüben, kann ich mir eine Capture-Card leisten. Und, nein, vielleicht sogar, wenn ich so einen Namen-Jobs mache. Und dann kann das mit den Let's Plays richtig losgehen. Weil dann wird es neue Let's Plays geben. Das wird ganz super. Doch, hier ist noch eins. Ein oder zwei Räume, die man auf-kacken machen kann. Auf-kacken wird zum Teufel. Was ist mit mir los? Hilfe! Also, sagen wir mal der hier. Ich glaube, das ist sogar der Letzte. Hier war ein Mumbo-Schädel. Hier sind da ein paar komische Zettel. Und, wie ihr seht, bei diesem unteren Bild hat wohl Rareware die Zeit von 3DS vorausgesagt. Das sieht ziemlich aus wie so ein 3DS-Cardridge. Das ist mir auch echt jetzt aufgefallen. Hier seht ihr die Freundin von Conker, die in einem neuen Conker geplant war. Aber dank Microsoft geht das ja nicht mehr. Danke, Microsoft. Wie gar nichts. Danke für diesen Schaden, den ich nicht einnehmen wollte. Der Deutsch ist wieder perfekt heute. Ähm. Gut. Dann haben wir das hier eigentlich schon. Wir haben alles auf dem Deck eingesammelt. Ich geh mal kurz die Statistik an, bevor ich irgendwas noch weiter mache. Doch! Das war's! Jetzt gehen wir zum schrecklichsten Raum in Game. Oder besser gesagt, der mit einer Instant-Dev-Stelle. Der Maschinenraum. Ja. Dann machen wir weiter. Jetzt ist die Musik weg. Weshalb? Ähm. Die Sache ist diese. Da das Spiel wieder spinnt. Also das Spiel ist lauter als ich, obwohl ich genau gleich laut spreche wie immer. Es spinnt leider. Und das ist leider deshalb so. Und deshalb spreche ich tatsächlich nochmal. Also. Hier haben wir die leere Honigwabe in diesem Welt. Die letzte. Und ihr seht, dieser Raum ist sehr gefährlich. Hier ist eine Instant-Dev-Stelle. Wer runterfällt, stirbt sofort. Also nicht so eine tolle Stelle. Ich bin ein Ehrenmann, nimmt das alles nochmal auf. Verbrauche den Speicher. Mir egal. Ich mach das. Hier geht's hoch. Den müssen wir hoch. Und. Wir singen diesen Gegner hier mal. So, warten. Hier müssen wir warten, sonst fallen wir runter. Und das wollen wir nicht, denn hier sind die letzten Noten. Und wenn wir einmal runterfallen, heißt das sofort Instant-Dev. Du musst alle Noten nochmal einsammeln. Und auf das haben wir doch keinen Bock, oder? Das heißt, wenn wir runterfallen, müssen wir alles einsammeln. Aber wenn wir die Noten wieder haben, dann müssen wir nichts mehr einsammeln. Das ist ziemlich gut. Weil, wer will denn schon unendlich Dinge einsammeln? Das ist nicht lustig. Also machen wir schnell die Noten, bevor wir runterfallen. Oder hoffen, dass wir nicht mehr runterfallen. Hier sind die nächsten vier und dann kommen die letzten. So. Hier die Noten. Ich weiß auch nicht, was das mit dem Programm hat. Ich glaube, ich werde mein Programm auswechseln, weil das gab es eigentlich nie. Das gab es wirklich nie. Bei dem ersten BNK-Let's Play gab es das nicht. Ich verstehe auch nicht, warum das ist das. Und wenn ich den Rekorder auswechsel, dann ist auch nichts. Aber damals habe ich genau gleich gespielt. Ich spiele es einfach lauter als ich, obwohl es auf der leisesten Stufe ist. Das Handy ist auf der leisesten Stufe, die es nur gibt. Und trotzdem ist es lauter als ich. Und ich spreche noch extra laut. Das ergibt keinen Sinn. Aber gut, jetzt haben wir alle Noten dieser Welt. Applaus, Applaus für gar keine Worte. So, wir haben neun Puzzleteile. Und jetzt müssen wir das hier aktivieren. Das könnte gefährlich werden. Also aktivieren wir es sofort. Aber das Leben zuerst. Diesen Raum, den habt ihr schon gesehen. Dort haben wir das erste aktiviert. Und jetzt wird das erstmal langsamer. Aber haltet nicht an. Es wird nur langsamer. Die Turbinen. Man könnte jetzt sogar durchgehen. Aber ich traue mich nicht. Hier ist nichts. Denn hier gibt es auch ein paar Mumbo Schädel. Die wir gegen den nächsten Part erst abholen. Und hier ist der letzte Schalter. Womit wir wohl das ganze aktivieren werden. Fuuuuck. Das steht. I'm out. Ist das Spiel für euch zu schwer? Nein. Halt die Fresse. Das war eine Instant Def Stelle. Ja. Trotzdem müssen wir die Gegner wieder beide besiegen. Natürlich müssen wir eigentlich nur einen besiegen. Aber ich weiß nicht wo ich mich dann entscheide hinzugehen. Und sie belassen wir es dabei alle beide zurückdrücken. So. Ja. Hoch hoch. Gut. Das war gerade ziemlich knapp. Hier gibt es auch noch Mumbo Schädel. Die muss man auch noch holen. Ein Leben können wir uns auch wieder leisten. Ein Leben können wir uns auch wieder leisten. Das mal wieder machen. Bis die Turbinen abslungen. Jetzt könnte man durchgehen wenn man wirklich gut timet. Aber ich gehe kein Risiko ein. Und nehm den gefährlichen Weg. Und jetzt müssen wir das hier auch noch richtig gut timen. Das die Plattform sich nicht während dessen bewegt. Während dessen man sich beeilen muss. So. Und jetzt hört es auf. Aber wir haben ein Zeitlimit dafür. Was ziemlich kacke ist. Dafür dreht sich hier nichts mehr. Bis auf diese Plattformen die sich runter umdrehen. Und die Turbinen. Und die Turbinen. Außerdem ist das Zeitlimit zum knappen Messen. Man sollte auch wissen wo hinten ist. Wenn man das nicht weiß ist man am Arsch. Also beeilen wir uns. Das Zeitlimit ist wirklich knapp eigentlich. Und darf sich keine Fehler erlauben. Den habe ich mir aber erlaubt. Weil ich auf der falschen Seite war. So. Ach, ach. Finde ich das. Finde ich das. Ne, ne, ne. So. Diesmal. Bin ich nicht so dumm. Ich habe es nicht geschafft. Leider. Doch das war kein Problem das nochmal zu gehen. Ich habe es hier wieder geschafft. Und nächstmal. Hört es uns. Das letzte Puzzleteil dieser Welt. Doch wir brauchen natürlich noch. Die Mumbo Schädel. Das ist ziemlich kacke. Das ist ziemlich kacke. Oh Gott. Ich muss den ganzen Weg nochmal gehen. Oh shit. Das ist kacke. Die sind bis jetzt weggepackt. So. Ich würde aber sagen diese Mumbo Schädel holen wir aus dem Mumbo Schädel. Bis zum nächsten Part. Und also würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschau wieder. Aber ich gehe in diesem Part noch. Beine in der Maschine. Und im nächsten Part fangen wir die letzte Welt an. Und dann. Jetzt. bis zum nächsten Mal. Ich bin im Gizien. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschau wieder. Ja!